ja hallo zusammen ich zeige euch jetzt mal ein paar schöne kleider die ihr sofort anziehen könnt eine wunderschöne viskose von der firma grace ja ich habe schon mal eins an ganz schöne passform schöner arm schöner ausschnitt eigentlich alles perfekt da gibt es auch dieses design finde ich auch sehr lustig so ein bisschen blüten aber schöne ruhige farben nicht so laut einfach so ein bisschen understatement wer es als tunika möchte gibt es natürlich auch in diesen schönen in diesem schönen druck und dazu habe ich euch einfach mal eine mega trendige häckenhose dazu gegeben weil das einfach mal was anderes ist und witzig ausschaut natürlich total bequem durch den gummibund oben und 7 8 ist die länge und gibt es von 32 bis 46 wer lieber rock trägt gibt es natürlich auch im häkel ganz süß einen rock dazu kann man natürlich auch andere dinge dazu anziehen aber ich finde das passt jetzt gerade mal das ist irgendwie mal was neues witziges es gäbe natürlich auch über das kleid einen ganz tollen ganz dünnen kaschmir hoodie ganz lässig geschnitten sieht also wirklich witzig aus hier einfach über das kleid drüber ja und dann gibt es einen zweiten druck den ich euch zeigen möchte das ist eher so pastellig auch mit diesen blüten drauf unheimlich schön von den farben ganz sanfte farben aber trotzdem witzig dazu passt natürlich auch dieses tolle grün dieses rosmarin grün da habe ich noch ein schönes jäckchen was man auch so oft dieses kleid machen kann oder es gibt auch noch dieses kürzere kleidchen wenn man es kürzer mag und eine wunderschöne kette dazu wer ein paar schminats dazu möchte haben wir jetzt mal so ganz witzig dekoriert jetzt mal in pink tönen wir haben den schal mit sicherheit in 30 farben den man natürlich auch auf diese kleidchen drauf machen kann ja kommt vorbei oder schreibt uns dm wir freuen uns auf euch die jutta